Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Update-Video sowohl zum Fortune Miner, den ihr im Hintergrund schon seht, als auch zum Launch von SpeakEasy, damit ihr die aktuelle Homepage hier im Video mal gesehen habt und was jetzt meine Strategie für die nächsten Wochen ist. Und als dritter Topic habe ich noch einen aktuellen Meme-Coin-Hype, der vor allem auf Twitter, Reddit und auf sonstigen Plattformen unterwegs ist. Und ich wollte euch hier heute mal einen Pick zeigen, den ich aktuell im Überblick habe, beziehungsweise vielleicht sogar zwei, je nachdem wie sich das Ganze im Laufe des Videos jetzt entwickelt und wenn das Video dann circa in einer Stunde veröffentlicht wird, ob es dann überhaupt noch Sinn macht, euch das zu zeigen. Dementsprechend, wir starten mit dem Fortune Miner und zwar, ich habe es in meinen letzten Videos erwähnt, wir sehen jetzt hier erstmal, die Contract Balance ist aktuell bei einem Wert von 1.028 BNB. Insgesamt gestaked wurden 1.364 und meine Rewards schwanken. Also ihr seht jetzt hier einen deutlich niedrigeren Wert als beispielsweise in meinem letzten Video. Dort waren wir noch bei 70 Dollar und ich habe ungefähr 0.23 BNB pro Tag verdient. Mittlerweile ist dieser Wert gesunkene, da die Miner natürlich inflationär werden und ich bisher eine 1.1 Strategie gefahren habe. Diese Strategie werde ich jetzt aber nach und nach anpassen. Wenn ihr darüber auf dem Laufenden sein wollt, wir werden heute Abend einen Community Call haben auf unserem Discord um 20 Uhr. Schaut da gerne einfach vorbei, da wird es vielleicht auch nochmal besprochen. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal mit 3.1 weitermachen, heißt 3 Reinvestitionen, eine Auszahlung, damit ich erstens meine Miner erhöhe und natürlich auch nicht meinen täglichen Reward-Wert hier unten schrumpfe. Zusätzlich, was auch auffällt, wenn wir nochmal auf das letzte Video springen, dann seht ihr, hier waren Miner verfügbar. Also wenn man quasi ein BNB eingezahlt hat, hätte man rund 300 Miner bekommen. Mittlerweile bekommt man rund 400 Miner für diesen einen BNB. Und das ist die angesprochene Inflation, die hier eben reinkickt. Deswegen könnte es eine Option sein, für viele hier erst auszuzahlen und dann nochmal neue Miner anzustellen. Es soll scheinbar ein bisschen effektiver sein, als wenn man hier nur reinvestiert. Das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Ich werde weiter reinvestieren, quasi immer, bis hier ein Plus 3 Bonus steht. Also bis hier der Compound Bonus bei Plus 3 Prozent ist. Wenn hier das Plus 3 steht, werde ich im nächsten Zyklus auszahlen. Dann das Ganze wieder Plus 3 steigern, also dass ich drei Tage wieder voll habe und so weiter. So qualifiziere ich mich unter anderem immer drei Tage in Folge für die Lotterie, da ich natürlich eine Reinvestition hier tätige. Und dennoch komme ich meinem ROI dann jeden vierten Tag hier näher, während ich natürlich auch weiter meine aufbaue, um dann letztendlich das Ganze für den Long Term zu stabilisieren. Falls das Ganze vielleicht 3, 6, 9, 12 Monate läuft. Wir wissen es ja nicht, Cake of Fortune läuft jetzt auch schon fast ein Jahr. Dementsprechend mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Strategie anpassen, da natürlich sonst meine tägliche Rendite hier weiter sinken wird und ich diesen Wert einigermaßen konstant halten möchte, als auch mich für den Long Term gut aufstellen will. Dann generell vielleicht noch kurz ein paar Worte zum gesamten Ökosystem. Und zwar sehen wir fast jeden Tag neue All-Time-Highs in allen anderen vier Projekten des Fortune-Hunter-Ökosystems. Also das Ganze wächst weiter, genauso wie erwartet. Deswegen bin ich auch in diesen Miner reingegangen, weil ich von einem weiteren Wachstum ausgegangen bin, sonst wäre ich hier nicht eingestiegen. Also wenn man sich das Ganze zahlenbasiert anschaut, was wir jetzt heute in diesem Video nicht machen, aber speziell jetzt auf Farm of Fortune, das hier im Ökosystem das größte Projekt ist, dann sehen wir, dass alles sehr, sehr gesund aussieht. Und dementsprechend bin ich auch sehr zuversichtlich, dass dieser Miner hier dementsprechend auch ein Erfolgsprodukt wird, das fünfte der Reihe. Und von dem Miner wollen wir jetzt übergehen zu Speak Easy. Ich habe ja gestern nochmal ein komplettes Übersichtsvideo gemacht, in dem ich euch alles gezeigt habe, wie man beispielsweise die Membership Keycards kaufen kann oder die Cocktails auf dem Secondary Marketplace. Und jetzt hier im Hintergrund sehen wir die Homepage. Ich bin natürlich gestern auch direkt zum Launch eingestiegen und habe dementsprechend hier ein bisschen was eingezahlt. Ich bin jetzt mit 8 BNB reingegangen und werden jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben mittlerweile Einzahlungen von 460 BNB, sind noch nicht mal 24 Stunden um. In der Bank, also quasi unsere Investment Wallet, liegen jetzt aktuell rund 80.000 US-Dollar. Das ist das Geld, das investiert wird, um zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Also ihr seht, der Wert ist größer als 50% der Balance, die aktuell im Pot ist, also in der Auszahlungswallet. Und das ist sehr, sehr gesund und freut mich, dass das Ganze hier in den ersten 24 Stunden so eine Adaption gefunden hat und so viele Leute hier reingehen. Und ich denke, dass es in Zukunft noch wesentlich mehr wird. Ihr habt es ja wahrscheinlich im gestrigen Video gehört. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was das ganze Projekt hier angeht, auf die nächsten Monate gesehen, da wir wirklich erst ganz am Anfang sind. Und es immer schöner ist, direkt von Anfang an in solchen Projekten dabei zu sein, die so ein großes Potenzial haben wie SpeakEasy in diesem Fall. Wenn wir uns jetzt noch den Rest der Homepage anschauen, dann seht ihr, dass ihr hier unten beispielsweise die Membership Keycards minden könntet. Ich würde euch aber empfehlen, ohne hier finanzielle Beratung zu geben, diese nicht hier zu minden, sondern auf dem Secondary Marketplace zu kaufen, da ihr hier teilweise die Silberne für 0,2 BNB bekommt. Und die Goldene, bin ich mir gar nicht sicher, ob die angeboten wird, die müsste man dann eventuell hier kaufen. Aber wie bereits auch im gestrigen Video erwähnt, es lohnt sich viel mehr, die Silberne zu kaufen und ein 0,5% Boost Cocktail, den man auch ungefähr für 0,5 BNB bekommt. Damit hätte man in Summe weniger ausgegeben, als diese 0,75 BNB für die Gold Membership Keycard, aber hätte trotzdem mehr Rendite letztendlich. Deswegen, das ist der aktuelle Weg. Sobald dann natürlich die Cocktails gelauncht ist für die Goldene Kollektion, muss man das Ganze dann wieder neu erörtern. Je nachdem, wie sich die Preise auf dem Secondary Marketplace entwickeln, das nur meine persönliche Ansicht gerade. Das ist das, was ich euch hier ans Herz legen kann, damit ihr keine unnötigen BNB für diese Gold Membership Keycard ausgebt. Auch wenn Gold immer so erscheint, als wäre es der bessere Weg, in dem Fall ist es definitiv faktisch nicht der bessere Weg, sondern der Silberne Weg mit der Silber Membership Keycard für ungefähr 0,2 BNB auf dem Marketplace und dann das 0,5 oder das 0,65%ige Boost NFT kaufen und dann seid ihr wesentlich besser aufgestellt. So, jetzt wie anfangs angekündigt, noch kurz zu dem Meme-Coin-Hype, der gerade stattfindet. Und zwar, ich habe auch schon ein englisches Video dazu gemacht, findet ihr auf meinem englischen Kanal. Jedenfalls geht es um den CEO Meme-Coin-Hype. Und zwar kommen gerade ganz viele Projekte raus, die sich auf dieses CEO-Ding spezialisiert haben. Seht ihr beispielsweise auch in der Grafik. Miss Bitcoin 2010, Miss Doge 2013, Miss Shiba 2021, Don't Miss CEO 2023. Gibt es diverse Tweets und wenn wir beispielsweise mal auf Pinksell rüberspringen, dann sehen wir gerade einige solche Coins launchen. Und den, den ich jetzt gerade am Beobachten bin, das ist dieser Paul-CEO-Presale. Das hatte nämlich schon ein Projekt, das Ganze launcht jetzt, sobald der Presale zumindest das Softcap erreicht von 15 Ethereum. Denn wir hatten, wie gesagt, schon ein Vorgängerprojekt auf der Binance Smart Chain. Den Chart sehen wir hier im Hintergrund. Der Chart schaut jetzt für einen Meme-Coin noch relativ ordentlich aus. Das Ganze ist ungefähr gelauncht hier bei 4 Nullern und 4 Cent und war im Peak dann tatsächlich bei einem 4X. Und das ist das, worauf ich hier achte. Nicht, das sind keine langfristigen Projekte oder sonstiges, sondern schöne Flips, die man mitnehmen kann. Und da hier bereits eine Community besteht, wie wir hier auf Telegram jetzt aktuell sehen, das ist die Gruppe mit aktuell 3200 Membern, wo circa immer 300, 400 online sind. Also wenn ihr hier so eine 10 zu 1 Rate seht von Membern zu online, dann ist das sehr gesund und ein Indiz dafür, dass jetzt nicht allzu viele Bots hier drin sind. Ganz ausschließen kann man es natürlich nicht. Aber die Gruppe ist aktiv und das ist das Wichtigste, worauf man hier achten sollte. Aktivität. Das gefühlt, jede 5 Sekunden hier eine Nachricht reinkommt, das ist immer ein sehr, sehr guter Indikator, dass hier eine Community dahinter ist und potenziell Kaufdruck auf den Coin kommen sollte. Und ein weiteres Projekt, da es jetzt auch im Pre-Sale ist und sich gerade sehr, sehr gut füllt und ich denke, dass wenn das Video um 17 Uhr rauskommt, noch nicht ganz voll ist, ist Chihuahua CEO. Das Ganze läuft auf der Binance Smart Chain. Hier ist der Softcap bei 70 BNB, heißt, wenn wir die 70 BNB erreichen, wird der Coin auf jeden Fall launchen. Und das könnte potenziell auch ein 2 bis 5X werden, aus meiner Sicht. Hier ganz wichtig, das sind Meme-Coins. Diese haben keinen richtigen Wert. Hier geht es um einen schnellen Flip, heißt kurz, vielleicht 0,5, ein BNB einzahlen, auf den ersten Pump warten, abverkaufen, dann eventuell warten, wie ist das Community-Sentiment und nochmal einsteigen, den zweiten Pump mitnehmen und das war's. Also nicht, dass ihr denkt, das wären irgendwelche langfristigen Projekte, bei denen ihr den Coin lange haltet, sondern ihr müsst hier direkt zeitlich flexibel sein. Kauft diesen Coin direkt im Pre-Sale hier am besten, niemals zum Launch, am Launch werdet ihr vermutlich schlechtere Preise bekommen und dann claimt ihr hier eure Token, sobald das verfügbar ist, entweder sobald der Timer um ist oder sobald dieser Balken hier vollgelaufen ist. Ihr seht, wie sich das Ganze füllt, also dieser hat durchaus Potenzial, wenn das so weitergeht und dann müsstet ihr halt direkt zum Launch verfügbar sein. Ihr findet da meistens in der Telegram-Gruppe, in der Regel ist der Launch so eine Stunde, halbe Stunde, nachdem der Pre-Sale hier abgelaufen ist, startet das Ganze und da muss man natürlich zeitlich flexibel sein, wenn man unterwegs ist, das ist das natürlich nichts. Das nur als Hinweis, so spiele ich diesen Meme-Coin-Hype aktuell mit dem CEO Meme-Coin. Dementsprechend, falls euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Ich werde euch diese beiden, die ich euch jetzt im Video gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung verlinken, für die das interessant ist, schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, heute Abend 20 Uhr auf unserem Community Discord, die Talkrunde, wer vorbeischauen möchte, Link auch dazu in der Videobeschreibung, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.